Psychologisches Diagnose, Bekämpfungs- und Vollstreckungssystem, Dominator, aktiviert. Wir beginnen jetzt mit dem Plan. Eine Einheit des Amts für internationale Ermittlungen im Außenministerium, bekannt als Peace Breakers. Sie sind jetzt in Japan, die Gelegenheit für uns sie zu erledigen. Die Stranskaja-Papers. Damit kann Sibels Einfluss auf die gesamte Welt prognostiziert werden. Warum bist du wieder zurückgekommen? Wären sie zurückgekommen, wenn ich sie gerufen hätte? Welches Ziel verfolgt Tonami überhaupt? Was will er mit den Papers anstellen? Gerechtigkeit und Wahrheit sind komplexe Gebilde. Manchmal muss man sie von oben betrachten, um sie ganz schlecht zu verstehen. Aber dennoch glaube ich an dich und dein Streben nach dem, was richtig ist. Konzentriere dich darauf, das zu tun, was du tun musst. Der General ist im gelobten Land. Solange Menschen von Menschen regiert werden, wird das sinnlose Töten kein Ende nehmen. Die Dominator sind unaufbauend. Wir stehen unter Beschossen. Geh, ich rede, lass ihn. Beschütze Tsunimori. Die Menschen haben einen allmächtigen Gott namens Sibyl erschaffen. Doch es sind auch die Menschen, die diesen Gott töten werden. Sie werden nach dem Gesetz gerichtet werden. Das ist hör willst Du! D-» Das ist Jesucrgreateste Töten bat! Vielen Dank.